Ja, I don't know. Das Ding ist halt, es sieht halt noch homeless aus, weil es halt noch nicht so gewachsen ist. Es ist halt, hier ist halt super leer und hier, aber I don't know. Ich dachte, ich lasse es jetzt einfach mal zwei, drei Monate wachsen und wir gucken, was passiert. I don't know. Vielleicht sieht es cool aus. Vielleicht sieht es nicht cool aus. Wisst ihr, was nicht cool aussieht? Wisst ihr, was noch cooler und noch uncooler aussieht? Jesus fucking Christ, man. Jesus fucking Christ, man. Ähm, sieht man gar nicht. Ja, I know, I know. Macht der Friseur das noch fertig? Warum? Bro, ich habe heute fucking Money gespart, Chad. Digga, ich habe so performt, Jungs. Ich bin so pumped. So krank rasiert wie dein Nacken. Darüber möchte ich nicht reden, Mann. Haare sind nice. Wenn Niklas nochmal was Passiv-Aggressives äußert, weil ich nicht drin bin, ne? Dann gehe ich persönlich zu ihm. Ich habe mir heute die Haare selber geschnitten. Aber mehr dazu, Block irgendwann. Ich bin so keen. Ich bin so sicher dran. Ich bin da aber außerhalb.